Skifahren leicht gemacht am Hochficht im wunderschönen Müllviertel, genauer gesagt in der Ferienregion Böhmerwald im Bezirk Rohrbach. Durch die Lage im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien ist das Familienskigebiet schnell, leicht und ohne Vignette zu erreichen. Eine perfekte, besonders auf Familien abgestimmte Infrastruktur erwartet die Skigäste. Die Drei-Berge-Skischaukel lässt sich durch kurze Wege vom Parkplatz zu den Liftanlagen ohne Mühe erkunden. Höhenvorstellbare Einstiegshilfen bei den Sesselbahnen erleichtern Familien mit kleinen Kindern die Fahrt auf den Gipfel. 20 Variantenreiche, lawinensichere Pistenkilometer warten auf die Skifahrer und Borda. Tönner und Fortgeschrittene finden auf den FIS-Rennstrecken ihre Herausforderung. Familien und Anfänger haben auf den Familienabfahrten optimale Bedingungen. Pistenakrobaten vergnügen sich im Funpark oder auf der Funslope mit Steilkurven, Sprüngen und Tunnel. Die im gesamten Skigebiet verteilten Wellenbahnen mit verschiedensten Schwierigkeitsstufen bieten der ganzen Familie Spaß und Abwechslung. Die Kleinsten finden im sonnigen Fichtel-Kitzpark alles, was man für das Erlernen der ersten Schwünge braucht. Und neben dem überdachten Förderbahnlift wartet die Kids Funslope, eine kindergerechte und lustige Geschicklichkeitsbahn mit Kurven, Wellenbahnen und kleinen Sprüngen. Die ersten Erfolgserlebnisse auf den Skiern machen hungrig. Im Familienbereich des Fichtel-Restaurants in der Ski-Arena sind die Kinder mit ihren Eltern gut aufgehoben. Nach der gemeinsamen Stärkung und der Spielpause im großen Indoor-Spielbereich geht es wieder auf die Piste. Freundliches Personal, gemütliche Hütten mit regionalen Schmankerlen zum Ausklang runden einen Skitag am Hochficht ab. Mit dem Gratis-WLAN im gesamten Skigebiet können die tollen Erlebnisse des Skitages gleich mit Familie und Freunden geteilt werden. Hochficht, das größte österreichische Skigebiet außerhalb der Alpen, ganz in ihrer Nähe, mitten im Böhmerwald.